Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Wir wollen online spielen. Letztes Mal waren die Server offline. Diesmal nicht, das ist sehr gut. Da wollte ich gestern nämlich noch aufnehmen, aber da waren die Server offline, wie gesagt, und da konnte ich nicht spielen. Aber jetzt sind sie online, aber es sind nur 4.800. Okay, ist unter der Woche. Aber zumindest ein paar Kinnies sollten jetzt gerade Osterferien haben. Also von daher sollte es eigentlich ein paar Matches für uns geben. Haben wir das Auto wieder gewechselt gehabt letztes Mal? Ich glaube fast schon. So, das heißt, wir suchen erst mal wieder. Ich mache mal ein bisschen Platz hier, damit ich Platz für mein Gamepad habe. Ich habe die Ostern verbracht. Interessiert mich eigentlich nicht, aber wir können es trotzdem erzählen. Ich bin nicht so der Oster-Fan. Könnte daran liegen, dass ich so nicht an irgendwas glaube. Ding, es geht los. Standard. Okay, das ist gut. Kein Chaos. Kein Chaos, das ist sehr gut. Und The Real Emran ist da. Bin Weevil, Ace of Warfare, Jangardes und Nikhil Haines. Da hatte ich den ersten Ballkontakt, hat mir nicht viel gebracht. Weil der Ball leider genau in die falsche Richtung geflogen ist. Ah! Ich dachte, ich kriege den noch raus. Aber wie hätte ich den rauskriegen sollen? Scheiße! Okay, aber es war, es sind erst sieben Sekunden gespielt. Es ist noch Zeit. Wir können noch gewinnen. Sage ich einfach mal so. Das Spiel habe ich den ersten Ballkontakt. Diesmal geht der Ball auch in deren Hälfte. Das ist ganz gut. Komm, Nikki Hayes. Ah, fast. Scheiße. Ich fahre dran vorbei. Ich fahre dran vorbei. Musste dir das entschuldigen. War das nicht unten? Doch. Unten, unten war. Sorry. Scheiße! Okay, ich warte. Ja, das war gut. Weil sonst wäre der bestimmt reingegangen. Die machen schon diesen Rocket Jump. Den kann ich ja gar nicht. Ah, da lenkt der den noch ab, ey. Nein! Öh, fucky, die fucking fuck. Hast du den da sicher? Ne, hat er nicht. Natürlich nicht. Und da geht schon The Real Emran. Der hat schon genug. Ich dachte, der Pümpel auf dem Kopf, der bringt uns irgendwie Glück, aber irgendwie nicht so. Ich warte. Es ist noch nichts verloren, Leute. Es ist noch nichts verloren. Ah, fuck! Wir können, wir können noch rankommen. So ist ja nicht. Ich fahre da nicht drunter durch. Was macht der denn da? Was machen wir hier eigentlich? Was ist denn das für ein Spiel? Wo sind wir? Yes! Aber das war ich gar nicht. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt hier. Achso, ich habe ihn dagegen geschoben. Okay, wir sind wieder dran. 3-1. Okay, komm, 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 komm. Astral, komm, komm, komm. Bro. Ja. Oh. Ja. 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 eine Aufışità. -Ja. Ah fuck Dann komme ich hier nicht ran Dann fahre ich wieder dran vorbei Yes, sehr gut Ihr seid gut Ich bin scheiße Das schön da langgelegt Und er wartet einfach da Sehr gut 2-4 Wenn ich jetzt nicht wieder Ich stehe gar nicht zentral Okay, ich fahre nach vorne Boah Fuck Den kriege ich niemals Den kriege ich niemals Aber den Den nicht Nein Warum hüpft der denn da drunter durch Wo bin ich denn Scheiße Das wäre die Chance gewesen Ja und das wäre der Halt gewesen Fuck man Ich bin noch nicht warm gespielt Ich bin noch nicht warm gespielt Daran wird es nie Kann der mal runter Mann Scheiße Ja, ich will keine George Foreman Grillräder Ich war mit Jankaras sogar der Beste Also nicht der Beste Sondern der Erfahrenste Das andere sind alles Anfänger Fuck man Ich hab null Schüsse Null Rettung Null Vorlagen Null Tore Eine Nullnummer So Einer fehlt noch Zwei fehlen noch Meinte ich natürlich Weil die Jankaras Will auch nicht mehr Vielleicht finden wir ja zwei Ne Zwei Bots Zwei Bots Komm mich nicht mehr Der war eben in meinem Team Der Haynes Hat der da irgendwas gerissen? Aber kaum spielen sie nicht mehr mit mir zusammen Können sie das alles richtig gut Ah Warum hüpfe ich denn immer drunter durch? Ist alles ein Bug Was machst du da? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Na endlich Endlich treffe ich mal wieder Und weil der Wolfman im Tor rumfährt Hab ich hier die Chance auf das 2-1 gehabt Und genutzt natürlich Geht der rein? Oh der geht rein Ein Headtrick Ich dachte der ginge neben das Tor Aber der ging genau rein In die kurze linke rechte Ecke So heißt es im Fachjargon Und dann vorbeige jückelt Und da wusste ich nicht mehr Und da wusste ich nicht mehr Wo vorne und hinten am Auto ist Nein der geht aber vorbei Schade Aber da ist noch einer Der Foamer Der Bot Was macht der da? Fährt dreimal um den Ball rum Sehr schön Ach die Anmeldung für Rocket League Mitmachen sind noch offen In der Beschreibung steht der Link Zu dem Google Formular Wo ihr euch mal bitte Eintragen könnt Wenn ihr Interesse habt mitzumachen Bei einem Miteinander oder Gegeneinander Egal Das werden wir dann sehen Was wir genau machen Ah schade Hat er mich kurz noch weggebumst Sonst wäre die Wäre der Weg frei gewesen Komm Sehr gut War zwar ein Eigentor Aber egal Sammy was Dem gönne ich das Der ist mir irgendwie sympathisch Ich weiß auch nicht Zack Der Bot Der Bot hat ein Eigentor gemacht Sehr gut Wow Awa 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 Go Sammy Go Sammy Go Sammy Uh Da wollte ich gerade schon Die Jubel Pose Ausbrechen Hier Sehr gut Venom Streifen Nice Okay Zurück zum Hauptmenü Denn diese Folge ist vorbei Hier läuft wieder Musik Die nicht läuft Sondern ich habe andere Musik Daruntergelegt Zu denen ich die Rechte habe Ich danke euch Fürs Zusehen bei Rocket League Und wie gesagt Wenn ihr Interesse habt Mit oder gegen mich Rocket League zu streamen Ich gucke mal Wie viele Leute da zusammenkommen Dann Gucken wir mal Was wir daraus machen Wenn wir dann ein Turnier machen Oder einfach mal nur so zusammenspielen Je nachdem wie viele Leute sich da melden In der Beschreibung steht der Link Zum Google Formular Wenn ihr Bock habt Einfach mal eintragen Und ich sage bis zum nächsten Mal Legt den Finger auf die Taste Bis zum nächsten Mal Bei Rocket League Macht's gut Tschüss Jan